Yo, Flirt-Profi, was geht ab? Der Sebi hier von den Flirt-Profis. Und heute ist mal wieder Praxiszeit, das heißt, ich spreche eine Frau für dich an und am Ende des Ganzen kommentiere ich für dich, was ich so ein bisschen gemacht habe und erkläre damit, was du selbst gut und besser machen kannst. Wenn du Bock hast auf mehr Videos, vor allem mit mir, dann klickst du auch mal hier, dann kommst du zu meinem Kanal, dann abonnierst du, dann siehst du auch meine ganzen coolen Videos. Und jetzt erst mal viel Spaß. Hi. Einmal ganz kurz, und zwar, du bist mir aufgefallen. Weil du bist erstens attraktiv und zweitens unglaublich sexy. Und das sind zwei mega überzeugende Argumente für mich, um kurz mal zu dir her zu kommen und teilzusehen. Hi. Hi. Ich bin Sebi. Gabina. Was gibt es für leckere Gummibärchen bei dir? Oh, zuck mal her, was ist denn das hier? Miami? Krass, man. Moment, Max, kannst du essen. Ich esse gerade Kaugummi, aber da lasse ich mich doch direkt überzeugen, ein Miami-Gummibärchen mir zu holen. Was geht bei dir? Ich sage, was geht bei dir? Was machst du gerade, Seine? Nix, ich warte gerade auf meine Mutter. Auf deine Mutter? Was macht ihr dann, wenn die kommen? Shoppen gehen? Und ich muss übersetzen. Was musst du? Übersetzen. Bist du Übersetzer? Nein, eigentlich nicht, aber meine Mutter schon. Ähm, wie? Deine Mutter ist, was ist deine Mutter? Portugiesin. Bist du auch Portugiesin? Ja. Das erklärt, warum du so sexy bist. Danke schön. Das erklärt wirklich, Portugiesinnen haben einen unglaublich sexy Po und es ist mir schon öfter aufgefallen und bei dir auch. Ich dachte mir auch so, die sieht von vorne gut aus und sie hat einen sexy Po, aber ja, Portugiesin wäre ich nicht drauf gekommen. Okay. Wie kommt es, dass du so gut Deutsch sprichst dann? Ich bin sehr klein hergekommen. Okay. Und deine Mutter? Später nach dir hergekommen? Nein, sie ist mit mir mitgekommen. Okay, aber als kleines Kind ist das immer einfach in der Sprache zu lernen, ne? Brüy, was machst du hier in Berlin? Nichts. Nichts? Zukunft. Tschöööön. Nein, also Quatsch. Nein, arbeiten. Arbeiten? Ich bin verheiratet. Wirklich? Ja. Wirklich? Ja. Und ja, lebt ihr in einer offenen Beziehung? Gibt es so etwas offene Ehen? Also du bist dann schon so Ehe und ich, also bei mir gibt es nicht offene, da braucht man ja gar nicht zu heiraten, finde ich. Ja, das stimmt. Ja. Lass mich mal kurz überlegen, was macht man denn jetzt? Weiß ich nicht. Heißer. Heißer. Kann man dein Mann zu einer Triple-Hochzeit noch überreden, glaubst du? Um ein bisschen Spannung in die Sache reinzubringen. Ich laber nur Scheiße. Die sind lecker, ich esse noch eins davon. Ich mag die. Du magst die? Ja, Miami halt einfach. Jetzt musst du mir trotzdem, ich respektiere es auf jeden Fall, dass du verheiratet bist. Dann nimm das einfach als ein Kompliment. Wie heißt du, falls wir uns nochmal den Weg laufen? Carina, das hast du mir schon gesagt, oder? Ja, ja. Ich bin sauvergesslich. Ich bin sauvergesslich, was Namen angeht. Sebastian. Sebastian. Cool. Okay. Carina, komm, lass dich mal drücken. So eine sexy Frau muss man einfach drücken. Oh mein Gott. Wir gehen mal zusammen andere Frauen aufreißen, okay? Für mich. Okay. Okay? Carina, du wirst ja öfter mal angesprochen. Was ist dir denn jetzt bei mir gerade besonders aufgefallen? Dass du Augenkontakt hältst. Ah, okay. Ist das eher gut oder eher schlecht? Das ist sehr gut. Das ist sehr gut? Cool. Warum ist das sehr gut? Weil es gibt so ein Gefühl von Vertrauen. Geil. Cool ist es mal nochmal aus dem Mund eine Frau zu hören. Du siehst also, Augenkontakt ist extrem wichtig und eigentlich alles, was ich gerade gemacht habe, es war keine große Kunst. Ich bin zu Carina, habe ihr ein ehrliches Kompliment gemacht, weil sie ist unglaublich sexy. Sie ist auch gut aussehen und das kann man ja sagen. Und dann Augenkontakt, bisschen cool unterhalten, super passt. Ja, das war's. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mal einen Daumen nach oben da. Schreib mal in die Kommentare, wie du das Ganze gefunden hast. Übersetzt, man muss mich übersetzen. Wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin. Ciao.